Wie ihr seht, habe ich heute mein ZEKPLUS-Shirt an. Es wird heute auf jeden Fall sportlich. Wenn ihr Nahrungsergänzungsmittel braucht, schaut auf jeden Fall bitte bei ZEKPLUS vorbei und nutzt den Code CHAURU10. Ich bin hier heute in Dubai, werde einen Boxer besuchen, den wir fast alle kennen in Deutschland. Und zwar ist es der Diamond Boy Mahmoud Shah. Er hat jetzt demnächst vor sich einen großen Kampf. Und wer sein Gegner ist, wird er euch gleich hoffentlich verraten. Kommt und fragt mir. Neunte Etage. Ich glaube, der Gym ist schon brutal. TK MMA Fit. Auf dem Dach wird jetzt gleich gekommen. Ich freue mich drauf. Das war ein anderes Feeling. Rolf, was? Hier ist der Rücken mal so. MAHMOUD SHIRT! Was geht mit der Diamond Boy? Ich bin hier. Ich bin hier. Jeden Samstag. Jeden Samstag? Jeden Samstag. Auch in der Herben. Das ist gar nicht schön. Neunte Etage, schön Freiluft. MAHMOUD, vielen, vielen lieben Dank für deine Einladung. Danke. Erzähl uns doch mal, was machst du hier in Dubai? Ich bin jetzt hier in Dubai aus beruflichen Gründen ausgewandert, bleib jetzt mal eine Zeit lang hier, trainiere, promote alles das Ganze, weil das Boxen in den Arabischen Ländern sehr populär ist, geliebt geworden ist. Und ich bin der erste deutsch-arabische Schwergewiss-Weltmeister in langer Zeit und ich versuche jetzt hier mein Glück. WBA, WBC Titel, hast du schon einige abgerollt, richtig? Viele, viele Titel, kleine Titel gesammelt, aber er war WBA-Weltmeister von 2017 bis 2021, ich habe sehr viele Geschichten mit dem King und alles, die laufen auch immer im Wintergrund. Alhamdulillah, ich bin sehr glücklich, ich bin jetzt hier, wo die Sonne ist. Alhamdulillah, das ist ja richtig. Jetzt, show must go on. The show must go on. Es wird gemunkelt, es steht ein großer Fight für dich an. Kann man da ein bisschen was rauslaufen? Schau mal, der Vertrag von meiner Seite hat unterschrieben gegen Tyson Fury. Tyson Fury wollte mich auch boxen, aber wie man so sieht, es geht hier halt auch um das englische Fernseher-Paperview. Da kann Tyson Fury oder ich nicht allein entscheiden, dann entscheiden die Promoter, die die Fernseher machen. Alles, was Kohle bringt, Geld regiert die Welt. Handeln, ja. Ja, ja, leider. Auf jeden Fall drücke ich dir die Daumen, dass dieser Fight zustande kommt. Damals gegen Klitschko, ehrlich, ich kann mich noch ganz legendär an diesen Kaffee hinhalten. Er will weitermachen, er will weiterkämpfen. Holla, du hast dich geboxt wie ein Löwe. Dankeschön. Holla, lassi, wie schön. Und ich wünsche es mir vom Herzen, dass dieser Kampf zustande kommt, weil allein der Weg ist schon das Ziel. Nach 100 Prozent, ich sage immer, wenn man für euch junge Leute 100 Träume, könnt ihr nicht leben, ihr müsst wirklich große Ziele haben. Man hat mir immer gesagt, wenn dein Ziel so groß ist und du davon nur 80 Prozent erreicht oder 70 Prozent, lebst du dein Leben lang wie ein Weltmeister. Und deswegen wünsche ich mich von euch, dass ihr große Ziele habt, große Träume habt und nicht davon Angst habt. Fokussiert euch auf das ganz große Wesentliche, nur auf euch selber. Alles andere ist egal. Ganz steif, aber auch. Danke dafür. Habibi, ich würde dir vorschlagen, du zeigst uns heute ein bisschen hier so dein Gym, wo du dich verkehrst und dann würde ich vor... Ja, hey, das ist auch gut. Ich gebe mir deine Post, das ist einfach so... Ja, ich bin großartig. Zeigst uns ein bisschen dein Gym und dann haben wir dir die Vorstellung, zwei Übungen. Du, ich zeig dir eine Übung, du machst eine Übung. Ja, und dann ess doch. Ja, ich ziehe das wieder zurück. Nach dem Training, wenn ich manchmal ganz, ganz müde bin und das Wetter wie heute sehr warm ist, springe ich auch mal eine Runde im Pool. Ja, so einen schönen Libanesen-Körperaufhaltezeit. Ja, egal. Was viele und ich wissen, Mahmoud und ich, wir kennen uns auch wirklich schon seit langem. Ende 90er, Anfang 2000. Ja, Anfang Jahr 2000, denke ich. Ja, in guter Geschenkehner Zeit, ne? Ja, in guter Geschenkehner Zeit, ne? Da warst du noch mit Kickboxen sehr stark zugehalten. Ja, ich habe alles erreicht mit Kickboxen. Ja, aber da gab es auch wieder so einen Zeitpunkt. Du weißt ja, das Problem mit der Duldung, wir waren ja alle geduldet damals. Damals hatten wir Flüchtlinge ja nicht so einen Vorteil wie heute, die Flüchtlinge. Wir durften Nordrhein-Westfalen nicht verlassen. Du durftest manchmal die Straße und nicht mal eine Stadt dafür verlassen. Ja, ja. Das waren ja auch so meine Probleme. Ich konnte internationale Kämpfe nicht antreten. In Paris, nach Holland, immer diese Genehmung, die haben sich immer verzögert. Ja. Dann habe ich mich für das Amateur-Boxen entschieden, ein Jahr. Genau dasselbe Problem. Habe zehn Kämpfe gemacht, zehn Siege und dann wollte ich für die deutsche Meisterschaft machen. Dürfte ich nicht. Keinen deutschen Pass, keine Papiere. Auch damals in den Amateur-Boxen gab es diese Probleme. Dann habe ich mich für das Profi-Boxen entschieden. Weil das in Deutschland ein legaler Profi-Sport ist. Ja, ja. Ja. Und über den Profi-Boxen habe ich versucht, meine Arbeitserleitung zu bekommen. Was auch jahrelang hat sich verzögert, aber am Ende hat sich das gelacht. Ja. Da merkt man schon, dass du wirklich doppelt gekämpft hast. Doppelt und dreifach gekämpft. Also nicht nur wirklich so im Ring, sondern auch wirklich durch die Bürokratie und durch die Bürokratie von Deutschland, sag ich mal. Aber ich denke immer so jetzt zurück zum sportlichen Aspekt. Wenn man als Flüchtling nach Deutschland kommt und sich integriert und sich wirklich viel Mühe gibt für das Heimatland, um das Land nach außen zu präsentieren mit Erfolge. Und da noch immer Steine in den Weg kriegt, sollte man da auch ein bisschen sportlich, politisch ein bisschen was ändern. Absolut. Aber es ist wieder ein anderes Thema. Wir sind ja jetzt hier in Dubai, da wo die Sonne scheint. Let's go baby. Habibi, come to Dubai, Habibi. Das ist mein Spielplatz. Ja, das ist eher dein Spielplatz, also in Krafttraining. Ich bin wieder. MashaAllah, wenn du sitzt an deinem Institut, du habattest sehr hart, gefällt mir. Leute mit schwachen Nerven, Leute die Depression haben oder irgendwelche Anschein haben. Training hilft euch aus dieser Depression-Sache raus. Training gibt euch Power-Hard Training. Zeigt euch ein Ziel für euer Körper, für eure Seele. Und deswegen sage ich immer, Sport ist die beste Medizin für eure mentale Kraft. Das ist mein Boxtrainer hier. Hi, nice to meet you, my friend. Good to meet you. You're fine. Thank you very much. Also, das ist meine Brüder. Das ist auch mein Bruder, Tom Khan. Er ist der Chef. Ja. Nice to meet you. Und das ist der Gym hier. Der Diamond Boy, number one. For real. MashaAllah, der beste Person in der Welt. Ich weiß, dass du vielleicht seit 10 Jahren über 10 Jahren von meinem Team-Box-Zeit bist. Aber er kommt hier und er macht seinen Reik-Kamp-Krupp. Also er hat alle Träume erreicht, die man erreichen kann in Dubon. Warum kommst du mit diesem Muscle? Nächste Mal erzähl mir. Wenn du mit meinem Schild in der Mitte bist. Pause auf. Pause auf. Pause auf. Der Corsair wollte mir jetzt eine Übung zeigen. Ich bin auf jeden Fall schon warm und bereit. Ja. Oh, let's go, baby. Let's go, baby. Ich würde mit Flachbein tun. Der Bruder legt alles flach, Flachbein. Direkt das beste Wort gesagt. Flachbein. Ich muss ein bisschen nur denen warm machen und dann können wir loslegen. Manuel, ist das schon mal schon da warm? Das Problem ist, wenn die Freunde immer sagen, ich muss mich warm machen. Ich dachte, macht dich auch nicht mehr. Dann muss auch losgehen. Also, komm, wir fangen an. Saubere Ausführung. Sehr sauber. Bei seiner Körpergröße liegt die Muskulatur sehr groß und sehr massiv. Bei mir würde jetzt das Bodybuilding nicht so... Ich sag mal, ich halte mich nur fest. Du willst mit Pressure, Mann. Ich kriege ja auch 150 Kilo. Aber schau mal die Form, ne? Hört mal hier. Taniert. Kraftvoll. Aber ich weiß auch die Rezeptur. Sek Plus, Baby. Sek Plus. Oh, sieht's aus. Ihr wisst Bescheid bei Sek Plus mit Charo C-Friends. Bruder, ich hab Bruchstraining. Ich würd's mich verarschen. Boah. Einmal Maximalkraft. Nein, bist du voll? Ja. Ich hab immer... Diese Brust muss weg. Die Maximalkraft ist ja nur noch Rüchter. Ich weiß, dass das für einen Boxer richtiger Nachteil ist, Blachmann, weil das ja auch deine Gürtelschultermuskulatur verkürzt. Und das ist für einen Boxer nicht so Vorteil. Aber komm, Einsatz. Halt zu. Halt zu. Halt auch zu. Der Typ kommt hier nach Dubai. Wir freuen uns. Er will mich heute kaputt machen. Hör mal, ich hab Boxtraining gleich wieder. Ja? Ja, was denkst du denn? Einsatz. Einsatz. Aber Einsatz mit den Zwanziger, nicht mehr. Aber dann mach ich gleich den Rest. Das ist eine richtige Brustmarschung. Und dafür, dass er kaum Brust trainiert, ist da richtig was los, sag mal. Bei mir fällt Schulter. Ich denke, so Schulter-Bizeps. Aber bei mir ist die Brust der Grunde der Rücken. Boah, wenn wir schon mal hier sind, in Dubai, dann kann man richtig weg. Da haben wir noch eine. Wie viel haben wir jetzt? Ich denke so 130-140 Kilo. Stange wiegt 15 Kilo. 60-60. Oder 35. Warum? Also Schauspieler kann er auf jeden Fall nicht. Also der kann einfach locker 20-20 drauf machen. Easy going. Starke Leistung, Bruder. Na gut, na gut. Also Jungs, jetzt passt auf und schaut genau zu. Wenn ihr wirklich einen ordentlichen Schlag haben wollt, wird der Mahmoud uns jetzt seine Übung zeigen. Viele Sportler nehmen immer die 2 Kilo an, selbst für Schattenboxen. Das ist okay. Aber ich bevorzuge immer die 4 Kilo Gewicht. Und ich stelle mich immer eigentlich vor den Spiegel hin. Einmal auf meiner Kamp-Position. Und zieh das immer schön rein. Und verlage dann mein Gewicht auf das linke Bein. Ich mache es immer in einer Explosivität. Drei Schläge. Pfff. 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 Drei. Und dann drei links. Pfff. 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 Boxen ist immer ein Schlager vom Sanzsack und Spaß. Nein, Boxen ist eine Kunst. Du musst das Boxen leben, du musst deinen Gegner sehen. Der Sanzsack schlägt ja nicht zurück. Aber du musst ihn so fokussieren, als wäre das dein Gegner. Warum hat man Essen? Ja, wir gehen jetzt zu unserer Fitnessküche und dann zeige ich euch mal, was es hier lecker gibt. Okay, zeig uns, was du hier so bestellst. Bei mir? Also ich verzichte immer nach dem ersten Training an Koldengrad. Weil eigentlich normalerweise nach dem Training, aus meiner sportlichen Sicht, wir brauchen direkt Koldengradte, um es aufzubauen. Bodybilder und Hochleistung persönlich, was für Unterschiede, Profiboxer und alles. Hier wird alles abgewogen, also ich wünsche es mir, dass so eine Küche in den Gyms in Deutschland auch erreicht. Ehrlich, das ist oberste Klasse in den Gyms. Also ja, wenn man so ein Sportstudio hat auch in Deutschland, wo ihr wirklich so für die Sportler nicht nur Eiwaschee, Kaffee und sowas anbietet. Also die Maus bieten die Donuts an heutzutage, weißt du wie ich mein? Echt? Welche Stütze sind das? Wir wollen keine Werbung machen. Zwei? Ah, ja. So, aber was ist so Liebe? Das ist so mein Lieblings-Mädchen. Das ist mit Kokosmus gemacht und wir wirklich mit Omega-3, das ist alles sehr gut. Wir haben ja auch viel so Fisch, rotes Fleisch, so Unterschiede. Weißlips auch viel, viele Ästens essen. Aber ich bin für mich selber vorzugehen weniger Kohlenhydrate, weil dann bin ich immer energisch. Ja, ja, ja. Weil Kohlenhydrate ist Energie. Das macht Energie. Das merkt man selber, wenn man zum Beispiel Mittag zu Hause isst, viel Reis oder Brot. Dann bist du einfach müde. Müde. Dann bist du da hoch. Dann bist du platt. Meine Philosophie ist, was sind die stärksten Liebewesen? Träume, die stärksten Tiere, die den Menschen ähneln, sind immer Gorilla und Affen. Die ernähren sich Fleisch und Gemüse und Grünzeug. Aber die wiegen auch über 200-300 Kilo. Und sind massiv. Deswegen, ich bevorzuge von meiner Leistung zwei Tage keine Kohlenhydrate. Einen Tag mit, zwei Tage ohne. Und Samstag ist so mein Happy Birthday. Samstag ist immer der deutsche Klassiker Käseguchen. Und zum Mittag gibt's den fette Burger. Ja. Und abends mit Pizza. Samstag ist massiv. Schiv. Schiv. Das klingt sehr gut. Bei mir meine Kohlenhydrate, die müssen morgens direkt nach dem Ausstehen. Ganz wenig. Ja. Und dann erst mal keine Kohlenhydrate essen, überwinden nur Proteine und Fette. Und dann kommen wieder Kohlenhydrate nach dem Sport. Okay. Nach dem Sport zum Aufbauen. Und dann hauptsächlich nur Proteine und gute Fette. Also ich catch dich jetzt für deine Fans. Du machst mir meinen Ernährungsplan, wenn mein Kampf vorbei ist. Sehr gerne. Sehr gerne. Was viele nicht wissen, ich habe die PNA-A-Lizenz. Okay. Im medizinischen Bereich. Und da war auch das Ernährungsfeld ein großes Feld bei mir. Und hab da auch wirklich sehr gut abgeschnitten. Und für Ernährung stehe ich dir gerne zu meinem Führer. Du kannst mir einen Ernährungsplan machen. Ja, ja. Off-Season ein bisschen zunehmen. Sehr gerne. Sehr gerne. Meine Nummer hast du. Du weißt, wo ich wohne. Ach, Lausala. Heil einen Krabbelelein. Aber bitte schreibt mir jetzt nicht Ladies wegen seiner Nummer. Ich habe sie nicht. Nein. Ich bin ab drei Frauen 21 Kindermädels. Hühnchen und einfach gedünstetes Gemüse. Ja. Das Beste gibt es nicht. Nach dem Training haben wir 300 Gramm gemischtes Gemüse, Broccoli, Zucchini, Spargel, Möhren und Hähnchen mit Fokusnuss. Das ist Omega-3-Fett. Und guck dir das mal. Das ist einfach Power. So. Also Friends. Wenn ihr so stark werden wollt wie die Prachmutcha, das ist euer Essen nach dem Training. Das ist das ganze Süßkram weg. Die ganzen süßen Limos, Wasser. Ich sage mal so, ihr müsst immer unterscheiden. Wenn ihr Hochleistungssportler seid, müsst ihr auch das einnehmen, was der Körper braucht. Vitamine, gesunde Ernährung und alles. Aber gönnt euch jeden Samstag einen Tag vor euch. Und das ist so mein Samstag, wo ich mit meiner Gesellschaft in der Gesellschaft bin. Dann esse ich auch ganz normal meine Pizza, Spaghetti, Nudeln. Das kannst du auch genuss. Dann muss einfach nur diszipliniert sein. Einmal die Woche ist gut. Weil ihr wisst ja, ein Ferrari fährt nicht mit Diesel. Da musst du wirklich hier WePower tanken. Und das ist wirklich WePower. Habibi Mahmoud. Ich habe mich sehr gefreut, dass du mich besitzt hast. Vielen Dank für deine Einladung. Habibi, wir wünschen dir alles Gute. Ich danke dir, Bruder. Und wie gesagt, im Ring knallt die alle weg. Hallo. Habibi. Auf hoher Seite. Dankeschön.